Hilfe! Hilfe! Ich nehm den Fragad auf! Wie der in dem Scheißhaus drinsteht! Hallo! Hallo! Ich brauch Klöpapier! Vor allen Dingen kannst du mir mal einen Gefallen tun! Machst du mal die Tür hier zu! Drehm dich um, steht der im Scheißhaus! Der rastet aus! Er rastet aus! Luft geschnitten und die Tür zerschlagen! Wie geht nicht, du musst den Finger entziehen! Vier! Kleiner Stinker! Dude! Dude, I'm friendly! 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 Steht an dem Scheißhaus und kommt nicht raus! Help! 36 Jahre schwarz! Das sieht halt echt aus und sitzt drauf oben, Alter! Ja, ja! Oh, ich hab einen Voicechat noch an! Ja, wir hören ihn! Hm? Ich hab's gehört! Jetzt kann ich gar nichts mehr machen! Ist das nur in der Hand? Hm? Ist das nur in der Hand? Hast du 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 die Gefahr hier? Weiß nicht nix! Sag mal nein! Machst du letztendlich nicht wieder raus? Doch, klar! Doch, klar! Oh, Stock! Ich hab noch mal, ich hab grad nicht geguckt! Nee! Mach jetzt! Äh! Aus dem Gebüsch rausfallen musst du, das sieht bestimmt lustig aus! Äh! Verdammt, falsche Knopfgedrückt! Äh! 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 Schade, dass man nicht reden kann! Äh! 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 Komm mal, haut! Schon, videok Rabger! Du musst wieder! Ja, das mach ich dann, wenn, Sophie! Äh! Nih! Äh! Nein, ganz langsam. Ist das gagge? Gage. Gage. Was liegt denn da hier? Er wird voll schwindelig, wenn ich ihm liegen. Kuh drück. In der Ego. Du Männer. Unconscious geschlagen. Kuh-Dung. Was denn? Einfach so. Kuh-Dung. Na ja, hab ich doch gemacht und bin wieder raus. Kuh-Dung. Weißt du was ich dazu sag? Kuh-Dung. Du Kunde, Alter, soll ich grad mal neinstürmen? Jetzt bin ich hier drin gefangen, oder? Hm. Na hoffentlich, weil ich jetzt den abgeknallt. Das wär... Das wär... Das war mal voll hier die Tür fehlt an, oder was? Sieht so heiß. Boah, jetzt leckt's grad übel. Das müssen wir mal mit ihm machen, wenn wir ihn nicht überwältigen. Komm mit, stell dich mal da rein. Oder mit nem Hüpfer. Der Rest ist auch noch nicht. Was gibt's noch? F8, gell? Langi wieder. F8. Vor allem versinkt die Hand bei mir in der Maske. Ähm, bei mir geht's natürlich in den Hut. Warum bleibt man überhaupt stehen die ganze Zeit? Wollen wir's können. Alter, 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 alter. Hä, auf Steuerung läuft der langsam. Alter. Bei mir auf Shift. Wollen wir jetzt Richtung Green Mountain dann Saleno goreste? Dann können wir die Straße hier langlaufen, da kommen wir auch nach Saleno. Also laufen wir aber die ganze Zeit um Green Mountain drum rum. Ja, und wir wollen aber erst mal nach Saleno, da sind das auch zwei Baracken. Und das im Wald waren wir jetzt ja gar nicht. Spost. Ja, können wir von Saleno aus auch noch hin. Ah, da gehen wir erst die Green Mountain und dann rückwärts. Da rennen wir schon. Äh, äh. Soll ich erst mal gucken, ob er nach oben hockt? Von hier. Äh. Äh. Shit. Äh. Äh. Ich bin stolz bei Hostmi. Äh. 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 Ich meine, hab' ich gesagt, ja gut, das hab' ich. Ist das Franz Beckenbauer oder was? Nein, das hab' ich auch irgendwo her. Das sagt der Inska-Oberheimer. Inska. Ich meine, hab' ich gesaugt. Ja gut, das hab' ich. Spass. Kork. Alter, ich weiß noch, bis nach Green Mountain machen wir nicht lieber erst zu lehnen. Jetzt, wo wir fast da sind. Was los? In einem Monat kommt E-Share. E-Share bei 3 Likes. E-Share Warfare. E-Share Warfare. Auf jeden. 70 Glocken. Mindestens. Mindestens. Abgehoben. 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 Ich hab' schon lange keinen Heli-Crash mehr gesehen. Ich auch nicht. Meiner. 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 Du sollst in deinem ganzen Leben erst eng sehen, oder? Äh, 3. Oder 2. Ja. So gut bist du. Eben, als würde ich schon seit 20 Jahren das Spiel jetzt hatten. So gut bist du. Mal. Machst du den du mit dem Baum boxen, oder was? Isch, isch. Der jünger Mensch hat nix zu tun. Waaah! Nicht boxen dich. Ich seh halt bei mir im Bild noch deine Mosin oben. Siehst du auch immer noch? Den Kommentar da. Ja, jetzt eben kurz. Jetzt ist er weg. Den Kommentar da. Kompentator. Achso. Den Kommentar da. Was er eben? Achso. Die musik. Die ist wirklich voll im Bild rum. Das leckt schon wieder ey, ich brauch mehr arbeitsspeicher. Wenn ich nebenbei noch aufnehmen. Nä. Nä. ich habe gerade mal 20 wenn es hochkommt aber das soll ich die Aufnahme wenn ich aufnehme 25 24 25 27 28 28 wenn wir oben im Knast sind höre ich eh auf warum? ich habe ja die Baloda Teile noch, die sind ja auch noch mal 3 Teile, die habe ich auch noch nicht hochgeladen na dann wird es Zeit Teil 1 ist halt schon seit 2 Wochen online du bist ein richtig schlechter YouTuber Teil 3 geht aber glaube ich nur kurz, da war die Festplatte voll, da hat es noch eine Aufgabe aufzunehmen nach 2-3 Minuten hm auf jeden Fall steht er schon mal doldi aber wenn sie rumleckt, dann kann ich nie da ist noch einer boah, übernicht wieder weggehauen ich treffe mir nicht, ich gehe wieder so aufs Maul HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ! da ist nichts passiert ja gleich mal auf, nein lass mal in den Knast gucken, lass ok ob es Munition gibt ok das dachte ich, da liegt eine Axt, da war es die, die ich in der Hand habe hm blaues Brett auch kein Mensch roter Riesenrucksack Mountain SKS Muni echt? naja fixer fick dich aber hier ist SKS Muni ja die Zeit wird es ey ich hab auch 20 Schuss SKS? hm gib mir die Muni wir können tauschen gegen ich hab dir vorhin 40 Schuss Mosi Muni gegeben hm ich kann dir Magnum Munition geben, 30 Schuss, das ist natürlich die ich von dir hab hm hast ja meine Magnum Frack gemacht was sind die Munition? rausgeschmissen da wurde grad stanzt hier vorne liegt sie kann ich dich zusammending sein? nein kombinieren hast du es zusammending sein hm der Pumpgun wäre jetzt noch nicht schlecht hm hat sicher nicht viel getan so wollen wir uns auf Green Mountain draufhocken hm bang bang on the door uah uah bang 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 was war vorhin? insane in the nightmare in the nightmare mhm insane in the nightmare uuuh insane in the nightmare mhm schicker Arsch fick dich fick dich alter fick dich fick dich papa hat ich liebe Tiere geliked mhm wäre im Bild geteilt ich liebe auch Tiere am besten in Wurstform oder Schnitzel oder froth Wurstform vor allem schwarze Farbe falls du willst äh ja da kann ich die Achse ansprühen wuuuuh 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 bäm die kann ich ja nicht tarnen gell die kann ich ja nur in einer Farbe immer ansprühen die scheiße sks Ja. Was denn? Wir rennen halt auch noch eine Runde. So, das war es jetzt erst mal. Vielleicht den Seleno nochmal. Und tschüss.